In diesem Video schauen wir uns mal ganz praxisnah an, was man eigentlich alles bei der ETF-Auswahl richtig oder vielleicht auch falsch machen kann, worauf man besonders achten muss und welche ETFs sich denn so rein grundsätzlich eigentlich gut zum Investieren und Sparen per Sparplan eignen würden. In diesem Sinne viel Spaß beim Anschauen des Videos und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert unbedingt mal den Investorins-Kanal und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auch keine neuen Videos mehr. Also wir befinden uns hier auf der Seite justetf.com. Es gibt natürlich auch viele andere gute Seiten zum Thema ETFs, zum Beispiel extraetf oder finanzen.net. Aber justetf ist auf jeden Fall auch eine ganz ordentliche Seite, um da zu starten und ein bisschen was über ETFs zu lernen. Und rein generell, wenn man sich so ein bisschen rumklickt, dann sieht man zum Beispiel hier die besten ETF-Sparpläne für den MSCI World. Man könnte hier auch in viele verschiedene andere Indizes investieren, aber der MSCI World ist ja einer der bekanntesten. Oder der MSCI Oil Country World, der würde dann wirklich in die komplette Welt investieren mit über 3000 Unternehmen. Der MSCI World investiert in 1600 Unternehmen aus 23 Industrieländern. Man findet auch den DAX, der ja in 40 Unternehmen investiert. Aus Deutschland die 40 größten deutschen Unternehmen. Genau, das sind so diese ganzen Möglichkeiten, die man quasi hat. Wir schauen uns jetzt einfach mal wirklich am Praxisbeispiel des MSCI World das genauer an. Und wenn wir jetzt mal hier oben hinschauen, ich bin jetzt mal auf einen MSCI World gegangen, also quasi hier ein bisschen durchgeklickt, und zwar auf diesen X-Trackers von MSCI World. UCITS ETF 1C. Und wenn wir da dann draufklicken und zum ETF-Profil gehen, dann sehen wir, der heißt X-Trackers. Was ist X-Trackers? X-Trackers ist eine Tochtergesellschaft von der Comdirect und das ist die Fondsgesellschaft, die bietet diesen MSCI World ETF an. Also die sorgen für dieses komplette Produkt quasi. MSCI, das ist der Indexanbieter. Achso, ganz kurz noch zu X-Trackers. Es gibt auch viele andere Firmen in dem Bereich, welche Firma das jetzt im Detail ist, ist eigentlich nicht ganz so relevant, aber man sollte schon eher zu den großen Firmen gehen. Das wäre dann BlackRock mit der Marke iShares, die kommen direkt eben mit der Marke X-Trackers oder das wäre Vanguard. Das sind so die drei größten, die sich diesem Markt eigentlich aufteilen, zumindest in Deutschland. Und dann gibt es MSCI, das ist der Indexanbieter, der Index, in den man investieren will. Also man hat einen Index und dafür braucht man ein Produkt. Der Index ist dann der MSCI World oder der DAX und über den investiere ich dann zum Beispiel mit so einem ETF von X-Trackers. Und in dem MSCI noch ein anderer großer Anbieter von Indizes ist zum Beispiel Fuzzi, wird abgekürzt, FTSE. Und in Deutschland spielt auch noch Selective teilweise eine Rolle. Ist zwar deutlich kleiner, aber das nur so ein bisschen als Hintergrund. Also wenn man auf MSCI oder auch Fuzzi World vertraut, da macht man nichts falsch. UCITS, das ist nicht so wichtig. Das ist eine EU-Richtlinie, die quasi die Sicherheit dieses Produkts gewährleistet. Also das steht da immer mit drin, die Regulierung. ETF ist das Produkt Exchange Traded Fund, also Börsengehandelter Fonds. Und 1C, alles wo ein C oder ACC steht, das bedeutet Accumulating. Also das heißt, das ist ein tessorierender ETF und wenn da jetzt ein D stehen würde, das wäre dann, oder DISS, das wäre dann ein Distributing ETF, also ein Ausschüttender ETF. Was tessorierend und ausschüttend im Detail bedeutet, das schauen wir uns gleich noch im Detail an. Dann sehen wir hier die ISIN, das ist die internationale Wertpapierkennnummer und die deutsche Wertpapierkennnummer, die WKN. Wenn man diese Wertpapierkennnummer oben ins Suchfeld beim Anbieter eingibt, dann kommt man zu diesem ETF. So kann man den quasi immer identifizieren. Und die ISIN, das ist wie gesagt die internationale Nummer und bei dieser internationalen Nummer ist es eben auch schon relativ wichtig, was da genau steht. Weil zum Beispiel EE steht für Irland, das heißt dieser Fonds wurde in Irland aufgelegt und es gibt so ein paar Grundregeln, auf die man achten sollte, dass Fonds aus Irland und aus Luxemburg für deutsche Anleger Steuervorteile mit sich bringen. Also das kann man machen, Irland und Luxemburg sind steuerrechtlich unbedenklich oder steuerrechtlich von Vorteil. Wenn da jetzt ein US oder ein CH stehen würde, die sind steuerrechtlich eher nachteilig, also ich würde immer darauf achten, wo die aufgelegt sind. Generell, das steht dann hier unten auch nochmal, das Fonds Domizil Irland. Wenn es in Irland ist oder in Luxemburg, da sind fast alle ETFs eigentlich aufgelegt, dann ist das unbedenklich. Wenn da aber jetzt irgendwie ein CH stehen würde oder US, dann sollte man da eher nicht rein investieren. Nur dass man so rein generell, da kann man gerne nochmal ein eigenes Video drüber machen, ist auf jeden Fall wichtig, wie das zusammenhängt. Genau, wenn man jetzt hier so ein bisschen runter geht, ist jetzt hier eine Werbung für Scalable Capital, es gibt auch viele andere gute Broker. Wenn ihr Empfehlungen zu Brokern haben wollt, dann könnt ihr mal auf investscience.de schauen oder in die Bio bei Instagram und TikTok oder auch hier in der Videobeschreibung dieses Videos. Scalable Capital ist auf jeden Fall eine sehr gute Lösung. Es gibt bei den Neo-Brokern auch noch Trade Republic oder Smart Broker sind gute Alternativen und bei den Direktbanken sind es eigentlich die Comdirect, die Consors Bank und die ING. Das sind so die sechs Anbieter, die man in Deutschland eigentlich ohne Probleme empfehlen kann. Also macht JustETF da in dem Fall auf jeden Fall nichts falsch. Genau, da sieht man den Kurs, die Anlagestrategie und dann kommen wir zu den Risiken und Kosten des X-Trackers MSCI World UCITS ETF 1C und jetzt wird es nämlich spannend. Hier sehen wir erstmal Risiko und Kosten und Ertragssteuern, also drei verschiedene Daten eigentlich. Bei Risiko sieht man, dass die Fondsgröße bei 8.246 Millionen Euro liegt und das ist im grünen Bereich, wenn man jetzt hier drauf geht, da sieht man schon so eine Größe und zwar die kategorisieren das basierend auf dem Fondsvolumen in Euro. Also wie viele Leute in diesen ETFs schon Geld gesteckt haben und das sind in dem Fall knapp 8,3 Milliarden Euro. Und wie man hier schon sieht, alles was kleiner als 100 Millionen Euro ist, ist eher rot und sollte man nicht rein investieren. Generell würde ich noch so eine kleine Sicherheitsmarge einlegen und zwar bei 150 Millionen Euro, das war früher immer so ein kleines bisschen die Grenze. Drunter sollte man, ja, wenn möglich eher vermeiden in diesen ETF zu investieren. Das hat einen ganz, ganz praktischen Grund und zwar liegt das einfach daran, dass wenn es zum Beispiel eine schlechte Marktphase ist und der ETF sich für den Anbieter, also für X-Trackers nicht rentiert, dann kann der ETF auch einfach geschlossen werden. Deswegen sollte man eben immer darauf achten, dass die Vorgröße auch einigermaßen ausreichend groß ist. Wenn das nämlich nicht der Fall ist, dann steht man im schlimmsten Fall doof da, weil dann der ETF geschlossen wird und man sich ein neues Anlageprodukt aussuchen muss und natürlich auch noch dazu gezwungen wird, die Anteile des ETFs quasi zwangs zu veräußern beziehungsweise das passiert dann automatisch und man bekommt dann das Geld aufs Konto. Also deswegen am besten immer, vor allem wenn man daran interessiert ist, langfristig zu investieren und in einem liquiden Markt und der MSCI World, der deckt natürlich in einem sehr liquiden Markt ab, dann macht das auf jeden Fall viel Sinn, sich einen größeren ETF auszusuchen. Das nächste ist die Replikationsmethode und hier steht physisch optimiertes Sampling und da wird es nämlich schon sehr, sehr spannend. Es gibt nämlich zwei Möglichkeiten, wie ETFs funktionieren. Die funktionieren einerseits physisch und andererseits synthetisch. Physisch kann man sich so vorstellen, wenn man zum Beispiel einen Index hat und da sind ganz, ganz viele Unternehmen drin. Wenn der jetzt rein physisch ist, dann würde der alle Anteile an diesen Unternehmen kaufen und alle diese Unternehmen sind tatsächlich in diesem ETF drin. Wenn der ETF aber physisch mit optimiertem Sampling ist, dann bedeutet das nichts anderes, als dass der ETF einfach eine Auswahl von Unternehmen hat, die repräsentativ für diesen Index sind. Das würde jetzt dann im Zweifel bedeuten, wenn wir uns jetzt hier diesen ETF näher ansehen, dass anstatt der versprochenen 1600 Unternehmen vielleicht nur 800 Unternehmen drin sind. Diese sind aber repräsentativ für die anderen und haben natürlich dann auch prozentual am ETF gesehen den größten Wert. Das bedeutet eigentlich einfach nur, dass viele, viele kleine Unternehmen rausfallen. Jetzt könnte man natürlich sagen, klar, die Diversifikation, die ist jetzt nicht mehr ganz so hoch. Das stimmt. Bei einem optimierten Sampling-ETF ist das natürlich der Fall. Allerdings schlägt das jetzt nicht so stark zur Buche, wenn man noch 800 Werte dann drin hat, die einerseits repräsentativ sind und die andererseits für den Marktwert vor allem mehr als repräsentativ sind. Weil es ist dann nicht eine Verkleinerung von 100 auf 50 Prozent, sondern es ist eine Verkleinerung von 100 auf zum Beispiel 99,4 Prozent, weil diese anderen 800 Unternehmen einfach so, so klein sind, dass die nicht wirklich stark ins Gewicht fallen. Naja, und die dritte Möglichkeit, das ist dann synthetisch. Und synthetisch, das funktioniert einfach so, dass es in sehr kleinen Märkten, die zum Beispiel sehr illiquide sind, das würde einfach bedeuten, dass man dann nicht einfach alle Aktien des Unternehmens kaufen kann, von sehr kleinen Unternehmen, das würde einfach die Transaktionskosten sehr, sehr stark übersteigen und wäre auch nicht praktikabel, weil es teilweise auch einfach zu große Anteile an diesen kleinen Unternehmen wäre. Ja, und diese ETFs, die operieren dann meist mit sogenannten Swap-Tauschgeschäften. Also das ist einfach so, sie besitzen eigentlich ganz andere Sachen, als sie eigentlich versprechen, im Index zu haben. Und es gibt eine Gegenpartei, die dann die entsprechenden Aktien hält. Das macht natürlich schon Sinn. Das ist allerdings so, dass es natürlich ein künstlich schaffendes Konstrukt ist und oft wird dann von einem sogenannten Gegenparteienrisiko geredet. Also was würde passieren, wenn diese Gegenpartei, die eigentlich die wirklichen Aktien hält, den Ausfall zahlungsunfähig wird. Naja, und dieses Gegenparteirisiko ist jetzt in der Realität noch nie irgendwie eingetreten, seitdem es ETFs gibt. Und ETFs gibt es auch schon relativ lange. Also die ersten börsengehandelten Fonds, Indexfonds, gibt es seit den 1970ern in den USA. und in Europa seit den frühen 2000ern. Also es ist noch nie irgendwie eingetreten. Nichtsdestotrotz könnte rein theoretisch das vielleicht auch mal in der Zukunft irgendwie passieren. Auch wenn das Risiko nichtsdestotrotz nicht wirklich vorhanden ist. Das können wir gerne mal ein eigenes Video darüber machen. Das ist sehr, sehr spannend. Deswegen, wenn möglich, würde ich lieber auf physisch setzen. Wenn ihr synthetisch habt, ist auch okay. Aber wenn möglich, dann eben auch physisch. Dann die rechtliche Struktur ist ein ETF, ein börsengehandelter Fonds. Strategierisiko, Long Only, heißt einfach, es ist ein Anlageprodukt, was man über eine längere Zeit halten sollte. Vorwährung, USD, also US-Dollar. Währungsrisiko, Währung nicht gesichert. Und die beiden letzten Punkte, das ist recht interessant, weil Währungsrisiko, Währung nicht gesichert. Denkt man jetzt, ist es jetzt irgendwie schlecht, dass die Währung nicht gesichert ist? Ne, also Währungsabsicherungen würden generell Geld kosten. Und das bedeutet einfach, also die Hauptwährung, in dem der Fonds normiert ist, ist der US-Dollar. Man spart aber trotzdem selber einen Euro und das wird dann eben einfach umgerechnet. Und natürlich ist es auch so, dass da ganz viele verschiedene Währungen von verschiedenen Unternehmen in diesem ETF drin sind. Und man könnte auch Währungschance hinschreiben, weil, klar, die Wechselkurse zwischen verschiedenen Währungen, die schwanken immer. Aber man weiß eben nicht, in welche Richtung, ob das vorteilhaft für die eigene Währung ist oder ob das vorteilhaft für die andere Währung ist. Das heißt, es ist in beide Richtungen eine Chance wie ein Risiko und sehr, sehr langfristig betrachtet existiert dieses Risiko eigentlich nicht wirklich. Die Volatilität ein Jahr in Euro, da steht jetzt 12,08% und in Orange, das ist eigentlich auch ein relativ wenig ausschlagkräftiger Wert. Weil wie stark die Volatilität ist über ein Jahr, ja, die könnte jetzt im sehr niedrigen grünen Bereich sein, die könnte aber auch im sehr, sehr extremen roten Bereich sein. Das bedeutet einfach, wie stark das geschwankt hat. Auf ein Jahr betrachtet ist das wirklich vernachlässigbar. Es ist dann eher wichtig, über wie viele Jahre letztendlich wirklich nicht nur die Volatilität war. Weil wenn man langfristig investiert, dann interessiert einen die Volatilität vielleicht nicht ganz so sehr. Natürlich interessiert einen die Volatilität dann schon, wenn es sehr stark nach unten geht und wenn man dann vielleicht besonders viel Angst hat. Und dann seine ETFs zum Beispiel verkaufen würde. Also die Volatilität wird erst dann ausschlagkräftig, wenn es mal sehr, sehr schlimm vor allem wird. Genau. Und da gibt es einen ganz guten Satz dazu. Volatility is not a squiggly line. Das heißt, also Volatilität ist nicht nur so eine, ja, Wellenlinie quasi. Also es ist schon ein reales Risiko, wenn die Volatilität zu hoch ist, dass man dann kalte Füße bekommt und aus dem Aktienmarkt aussteigt. Aber rein generell gesehen, langfristiges Investieren, nicht auf die Volatilität achten, einfach daran glauben, dass wirklich 7 bis 8 Prozent jährlich als Rendite reinkommen. Vor Betrachtung der Inflation natürlich dann, also das ist die generelle Annahme für die Leute, die das nicht wissen, die das Video zum ersten Mal, die sich mit der Thematik vielleicht zum ersten Mal beschäftigen. 7 bis 8 Prozent ist so die erwartete Rendite beim globalen investierenden Aktien, nicht nur in den MSCI World, sondern wenn man dann auch noch in den MSCI Emerging Markets investieren würde und quasi dann wirklich die komplette Welt abbilden würde. Das aber allerdings auch nur sehr langfristig über Anlagezeiträume von 30 Jahren. Kurzfristiger kann das sehr viel höher liegen, kann es sehr viel niedriger liegen. Da ist eben eine gute Schwankungsbreite vom erwarteten Mittel von 7 bis 8 Prozent. Tja, und das Auflagedatum, der Handelsbeginn, der war am 22. Juli 2014. Bei ETS sollte man generell darauf achten, dass die schon ein paar Jahre am Markt existieren. Früher hat man gesagt 5 Jahre, mittlerweile sagt man 3 Jahre, genau das nur so ein bisschen als Hintergrund. Natürlich auch da wieder die Fondsgesellschaft, die mit drin ist, wenn sich der ETF nicht rentiert oder wenn nicht genug Anlegergeld eingetrieben werden kann, dann wird dieses Produkt vielleicht wieder geschlossen und dann hat man auch wieder mehr Aufwand. Deswegen am besten 7 Jahre oder in dem Fall 8 Jahre, 7,5 Jahre eignen sich ganz gut. Dann kommen wir zu den Kosten. 0,19 Prozent pro Jahr per annum sind die Kosten. Das ist sehr, sehr günstig. Normalerweise erreichen die Kosten von 0,05 bis 0,50 Prozent für Indexfonds wie zum Beispiel ETFs. Es eignet sich auf jeden Fall. Es ist definitiv sinnvoll, da auf die Kosten zu achten und vor allem eben auf diese Gesamtkostenquote. Denn mittlerweile bei den meisten Anbietern sind diese Sparpläne for free. Es gibt aber auch da Kosten, zum Beispiel 1,5 Prozent prozentuale Kosten der Ausführungssumme. Also wenn man 100 Euro investiert, dann muss man bei manchen Anbietern 1,5 Prozent zahlen, bei vielen Anbietern aber mittlerweile nicht mehr. Und zusätzlich dazu kommt eben diese Kosten des Produkts, diese 0,19 Prozent. Und das geht dann einfach von der Investitionssumme weg. Das heißt, wenn man 10.000 Euro investiert gehabt hätte über ein komplettes Jahr, also schon zu Anfang, dann würden im Laufe des Jahres 19 Euro als Verwaltungsgebühr und als verschiedene Kosten, die an die Fondsgesellschaft gehen, abgehen. Natürlich möchte die Fondsgesellschaft auch ein bisschen Gewinn machen, aber das ist schon ein sehr, sehr kompetitives Umfeld, in dem sie sich da bewegen. ETFs sind das einzige Finanzprodukt meines Wissens nach, wo wirklich jährlich kontinuierlich die Kosten sinken und wo es einen sehr, sehr harten Wettbewerb gibt, weil viele Leute das für sich entdeckt haben. Dann kommen wir noch zum Thema Ertrag und Steuern. Die Ausschüttung hier in diesem Fall ist thesaurierend. Das bedeutet nichts anderes, als dass die Unternehmen, die in dem ETF drin sind, die machen ja im besten Fall Gewinne. Und ein Teil dieser Gewinne zahlen sie ja manchmal aus als Dividende. Der andere Teil der Gewinne schlägt sich da meistens in Kursgewinnen zu. Und diese Dividende, was nichts anderes als Erträge sind, die werden dann eben an die Anleger bei einer Einzelaktie ausgeschüttet und auch innerhalb des ETFs. Und je nachdem, wie diese Erträge eben verwendet werden, gibt es die zwei Möglichkeiten. Thesaurierend auf der einen Seite und Ausschüttend auf der anderen Seite. Bei Thesaurierend werden direkt diese Erträge wieder mit angelegt in diesem Sparplan, beziehungsweise ins ETF-Volumen. Und das sorgt natürlich dafür, dass es einen besseren Zinseszinseffekt gibt. Und weil dann einfach mehr Geld quasi vorhanden ist. Und dieses Geld wird dann automatisch wieder mit angelegt. Und wenn man mehr spart, kann man langfristig definitiv erwarten, dass man auch mehr Geld zur Verfügung hat, zumindest über eine sehr, sehr lange Zeit, ist dieser Zinseszinseffekt. Das ist nämlich so eine Kurve, die verläuft dann so irgendwann. Kann man eben schon mit kleinen Beträgen jetzt anfangen. Und wenn man das kontinuierlich durchzieht, kommt dann über eine sehr, sehr lange Zeit, eben ganz am Ende, kommen dann erst diese hohen Renditen raus. Und die Alternative dazu ist, Ausschüttende ETFs zu wählen. Dann bekommt man einfach diese Dividenden und diese Erträge direkt auf das Verrechnungskonto ausgezahlt und kann die jetzt verwenden. Vorteil davon ist natürlich auch, dass man den Steuersparbetrag oder Steuerpauschbetrag, vielmehr gesagt, ausnutzt. Der beträgt derzeit 801 Euro in Deutschland. Ab nächstem Jahr dann für Singles 1.000 Euro. Und wenn man jetzt noch ein nicht so großes Aktiendepot hat, dann kann es sich durchaus lohnen, diesen Steuerfreibetrag auszunutzen, weil dieses Steuergeschenk quasi, das kommt nicht wieder. Das ist dann nach einem Jahr wieder verloren. Und dann muss man auf diesen Betrag zumindest keine Steuern zahlen. Naja, und auf der anderen Seite haben thesaurierende ETFs dann eben den Vorteil, dass sie einen Steuerstundungseffekt besitzen. Das heißt, man zahlt dann erst im Alter, wenn man beispielsweise in Rente ist, Steuern darauf und gegebenenfalls ist der Steuersatz dann eben geringer. Und ja, als nächstes gibt es dann noch das Ausschüttungsintervall. Wenn jetzt hier ausschüttend stehen würde, dann würde hier auch ein Ausschüttungsintervall stehen, wie zum Beispiel quartalsweise oder jährlich. So oft würden dann diese Erträge aufs Konto ausgezahlt werden. Natürlich immer anteilig, wenn es vierteljährlich ist. Also es ist dann kein höherer Betrag, sondern es ist einfach nur anteilig. Das Fonddomizil in Irland, darüber haben wir schon geredet. Und die Steuerdaten stehen im Bundesanzeiger. Das ist jetzt auch nicht so relevant. Weitere Stammdaten kann man dann hier auch noch sich unten anschauen. Das sind jetzt Total Return Index, 30% Teilfreistellung. Das ist immer so. Genau, da kann man so ein bisschen drüber scrollen und sich das noch anschauen. Aber die relevantesten Informationen tatsächlich, die stehen hier oben. Und dann kann man noch hier unten runter zu dem Chart gehen. Dann kann man die Wertentwicklung anschauen und sich Sparplanangebote hier jetzt beispielsweise anschauen. Das ist dann auf JustETF. Aber natürlich, klar, die haben jetzt hier ein Testurteil. Aber natürlich auch ein bisschen werblich. Also sind Affiliate Links. Dann kann man sich hier noch die Zusammensetzung anschauen. Wie das eigentlich zusammengesetzt ist, der ETF. In welche Länder, Sektoren. Genau, das ist auch einigermaßen spannend für die Leute, die es halt noch nicht wissen. Da kann man sich wirklich bis hier unten eigentlich durchscrollen und sieht dann noch Renditen des X-Trackers, Renditen nach Perioden, Monatsrenditen. Bei diesen ganzen Sachen muss man halt immer schauen. Alles, was das Thema Renditen angeht und Chart, das ist eben nur bedingt aussagekräftig. Weil wenn man sich jetzt kurzzeitig diese Charts ansieht und kurzzeitig sind auch 5 Jahre, dann kann das alles nach unten gehen, weil die Börse auch mal nach 5 Jahre nach unten gehen kann. Oder es kann sehr, sehr steil nach oben gegangen sein. Das ist aber eigentlich alles nicht relevant. Und man sollte jetzt auch nicht irgendwie anfangen, diesen ETF dann mit einem ETF zu vergleichen, der einen DAX abbildet beispielsweise. Das wäre jetzt auch kein ausschlaggebender Vergleich. Denn man kann nur Indizes miteinander vergleichen, beziehungsweise ETFs auf diese Indizes, um es einigermaßen vergleichbar zu machen. Und da kann man sich vor allem, der beste Indikator sind tatsächlich die Kosten, weil die Wertentwicklung, das kann halt auch von einzelnen Faktoren abhängen, die ja ziemlich stark schwanken von Jahr zu Jahr. Im einen Jahr laufen halt diese Aktien dann minimal besser, weil die minimal besser gewichtet sind. Wichtig ist aber vor allem, dass man eben langfristig investiert und auf die Kosten achtet. Das heißt, geringe Kosten hier sind wichtig, geringe Kosten bei der Sparplanausführung, auch wenn die nicht ganz so wichtig sind, wie die per annum Kosten, weil das letztlich dann der größere Hebel ist. Genau, das ist vielleicht noch ganz wichtig. Also diese Kosten fallen nämlich jährlich an und diese Sparplanausführungen, die fallen nur ein einziges Mal an. Kann man sich überlegen, was dann letztendlich langfristig der größere Hebel ist. Deswegen sind ETFs eben auch so viel besser als aktive Fonds, weil die Kosten einfach viel, viel geringer sind. So, also das war das Video zu ETFs. Wenn ihr euch noch mehr für das Thema Finanzen, Investieren und Geld interessiert, dann schaut auch mal auf Instagram vorbei, auf TikTok oder ihr schaut bei Discord vorbei. Da gibt es auch eine große Community, wo sich Leute gegenseitig Fragen beantworten. Alle Links findet ihr dazu in der Videobeschreibung. Und generell findet ihr auch noch die investscience.de Webseite in der Videobeschreibung. Also ihr findet eigentlich einen guten Kosmos, wenn ihr euch für das Thema Finanzen interessiert. Ihr könnt mir auch gerne persönlich per LinkedIn schreiben. Ich freue mich immer über eure Nachrichten. Und ja, im Abspann findet ihr dann auf jeden Fall auch noch neue Videos. Also entweder werden sie jetzt schon hier eingeblendet oder dann jetzt gleich im Abspann. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Zusehen und bis zum nächsten Mal.